So, Flobby hat jetzt ein bisschen gezockt, hat sogar eine Super Magical Chest 3 gedroppt bekommen auf dem eSports Account. Eine einzige Nachthexe fehlt. Ja, wir haben jetzt gerade eine Werbung gemacht, da werden wir jetzt noch eine Super Magical Chest öffnen und dann noch die Free Super Magical Chest. Wäre jetzt halt ultra lucky die aller, allerletzte Nachthexe zu ziehen. Drückt mir die Daumen. Hoffentlich wird das was. Eine gemäxte Nachthexe macht einen riesen Unterschied. Erste Super Magical Chest geht auf. Es ist eine Legendary drin. Es ist eine Legendary drin. Oh, es wäre so entspannt, wenn es einfach die Nachthexe wäre. Ne, mal gucken. Hoffentlich. Komm schon. Okay, wir öffnen das Ding und es ist der Holzfäller. Okay, 18 von 20. Auch nicht schlecht. Holzfäller, auch eine solide Karte. Okay. Gut, gut, gut. 25 war noch der Dark Prince. Noch mal 25.000 Gold. Im Shop haben wir sowieso gerade den Friedhof. Der ist eh schon gemaxed. Gut, jetzt kommen wir noch zur Free Super Magical Chest. Boah, das wäre natürlich echt heftig. Das sind hier jetzt die... Oh, es geht ganz, 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 ganz schlecht los. Ja. Keine Legendary. Also die Free Chest. Ich hatte noch nie aus einer Free Chest eine Legendary gezogen. Die finde ich so viel schlechter. Oh Mann, ey. Schade. Ja, ich hätte so gern noch die Giant Chest. Dann ziehen wir hier die Hexe raus. Ja, natürlich. Schade. Auch nicht hier. Oh Mann, eine. Das kann nicht wahr sein. Also zwei Super Magical Chests. Wir brauchen unbedingt die letzte Nachthexe. Dann schafft es Flobby in die Top 100, in die Top 50 global. Vielleicht auch am Seasonende. Das wäre unfassbar heftig. Also wenn jemand das maximale Potenzial eines Golem-Nachthex-Deckmen, Level 5 rauskommt, dann auf jeden Fall Flobby. Okay. Wir öffnen die Dinger. Drückt mir die Daumen. Da gehört jetzt so viel Lack dazu, aber ich will sie einfach nur so sehr ziehen. Wir öffnen die erste Super Magical Chests und müssen erst mal hoffen, das sieht gut aus. Es ist eine Legendary. Es ist eine Legendary. Es muss die Nachthexe sein. Es muss verdammt nochmal die Nachthexe sein. Komm schon. Komm schon. Kampfholz. Auch Kampfholz 18 von 20. Ja, wir ziehen die Karten. Das macht auf jeden Fall Sinn. Wir können es dir nochmal zeigen. Hier seht ihr es. Nachthexe 19 von 20. Lava und 18 von 20. Prinzessin 19 von 20. Holzfäller und Holz 18 von 20. Wir sind hier bald komplett Max. Und Mega-Retter mittlerweile auch auf Level 3. 1 von 10. Aber komm, die allerletzte Nachthexe. Die Wahrscheinlichkeit ist so gering. Und ich bin so dankbar für alle Legendary-Karten, die hier reinkommen. Aber das wäre es doch jetzt mal. Einfach die fucking Nachthexe. Es ist eine Legendary. Es ist eine Legendary. Komm schon. Bitte. Das muss die Nachthexe sein. Das wäre so krank. Das muss sie einfach sein. Das wäre so krank. Es ist... Oh, der Inferno-Dragon. Oh mein Gott. Auch das ist natürlich nice. Es ist gut. Irgendwo freut man sich auch. Ja, es geht voran. Auch die Karten brauchen wir auf Level 5. Aber es ist halt nicht die Nachthexe. Es ist nicht die Nachthexe. Ich... Wirklich letzte Nachthexe. 19 von 20. Dann ist die Level 5. Dann ist das Ding durch. Ja, kein Problem. Ich reich wieder auf Reload. Ja, das ist... Das passiert mir einfach, weil ich... Es ist automatisch. Ich kenne die Meldung, ja. Okay. Letzte Nachthexe. Erstes Super Magical Chest. Das ist eine Legendary. Das ist eine Legendary. Bitte. Bitte, bitte die 20. Nachthexe. Die allerletzte. Es ist... Wieder der Inferno-Dragon. 15 von 20. Ich dachte, jetzt kommt der Inferno-Turm, aber... Okay, ja. Irgendwann muss ja auch wieder eine Super Magical Chest kommen, wo keine Legendary drin ist. Und die kann halt auch jederzeit kommen. Die sind halt noch frustrierender. Inferno-Dragon ist auf jeden Fall nice, aber... Ich will auch nur die Nachthexe. Komm, gib mir die Nachthexe. Oh mein Gott, keine Legendary ist hier drin. Oh Mann, ey. Oh Gott, okay. Ich hab's gerade noch gesagt. Es war so... Todesklar. Es war so klar. Die Schweinehacks sind leider irgendwie gerade nicht am Start. Das kann doch nicht sein, Mann. Mann. Das waren jetzt schon wieder sechs Super Magical Chests. Das ist zu viel Geld. Es fehlt halt nur diese eine Nachthexe. Und es klappt halt einfach nicht. Oh, scheiße. Mist, 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 Mist. Speed Super Magical Chest. Hashtag Spielsucht bitte in den Chat. Nicht zu Hause nachmachen. Ja gut, wenn da jetzt ein Hexe so besitzt wäre, dann... Oh fuck, ein Holzfäller. Nein, auch 19 von 20. Was? Da war jetzt ein Legendary drin? Ja. Speed Super Magical Chest. Ach super, ich dachte, Speed Magical Chest. Alles gut. Oh Gott. Ja gut, dann... Das sind jedes Mal irgendwie 40 Euro oder so, ne? Heute soll es irgendwie nicht sein mit der Hexe. 19 von 20, Alter. In den Werbeeinnahmen hoffen, dass was Gutes bei Rumkommens. Bitte einfach nur... Die Nachthexe, das wäre so gut. Es ist eine Legendary Card. Das ist schon mal geil. Ja. Und es ist die Nachthexe. Komm schon, komm schon, komm. Komm schon, komm schon. Wieder der Holzfäller. Lol, okay. Holzfäller ist gemaxed, Level 5. Es ist auf jeden Fall nice. Die erste... Oder wieder eine weitere Legendary Card auf Maximum auf Level 5. Es hätte jetzt aber auch so einfach die Nachthexe sein können, ne? Alter, was? Du kriegst jetzt dreimal oder so den Holzfäller. Der ist jetzt maxed, aber die Nachthexe nicht. Ja. Holzfäller ist durch... Also irgendwie gefühlt, früher hast du jedes Mal das gezogen, was du gebraucht hast. Ja. Und jetzt seit dem Mega-Retter ist irgendwie so ein Wurm drin. Ja. Seit dem Mega-Retter... Shit. Na gut, das ist halt am Ende ein Glücksspiel, aber... Ach, wow. Eigentlich schon vorbei. Wir sind immer noch 19 von 20. Eine Supermagical Chest öffnen wir noch. Finanziert von der Werbung, die jetzt hier gerade noch lief. Und, äh... Hoffentlich. Ja, ich sag's immer wieder. Hoffentlich, hoffentlich, die letzte Nachthexe bisher oft enttäuscht worden. Trotzdem. Jetzt hoffen wir nochmal ganz, ganz doll. 28 mal der Ritter, 30 mal die Kanone. Gott. Das geht schon mal 10 mal der Bombenturm. Kann das auch eine Legendary sein? 500 mal die Bogenschützen. 138 mal der Heilzauber. 24 mal der Packer und es ist eine Legendary. Oh Gott, das ging ja ganz schwach los, aber dann ging es verdammt gut weiter. Alle Karten aufgesammelt, die wir brauchten. Jetzt haben wir eine Legendary-Card. Wir hoffen so sehr, so sehr... auf die letzte Nachthexe, die unbedingt Floppy auch auf dem eSports-Account braucht. Im Golem-Deck. Nächste Legendary-Card und es ist... Alter, die Bandite im Duplikat. Oh Gott, ey. Nein, warum denn nicht die Nachthexe? Ich wette, hätten wir die Werbung da gemacht, wo Twitch es nicht gemacht hat, dann wäre es die Nachthexe gegeben. Dann wäre es. Twitch ist schuld. Twitch ist schuld. Twitch-Anzeige ist raus. Die Nachthexe wird mir hier verwehrt. Oh nein, Alter. Was soll ich mit 20.000 Gold? Aua. 19 von 20, den ganzen Streamer. Es triggert mich so hart. Ich habe heute doppelt so viel Werbung gemacht, wie ich wollte. Ich habe noch selber aus eigener Tasche geöffnet. Ich habe noch geöffnet von Zuschauerspenden. Ich habe... Kacke. Und sie ist immer noch 19 von 20. Wir sind keinen Zentimeter weitergekommen, was die Nachthexe angeht. Ich glaube, das zeigt jetzt auch das Ende von Twitch. Rahl. Ich glaube, du solltest mit COD anfangen. Ja, ne? Oh Gott. Okay, jetzt ist frustablassende COD auf dem Programm.